Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir spielen heute an unserer, beziehungsweise wir bauen eigentlich eher, spielen ist ja ein bisschen Lebensache. Wir bauen hier an unserer Sphinx weiter. Momentan sieht sie nach wie vor immer noch so ein bisschen aus wie so ein, ja, wie ein Haufen eigentlich. Sieht nicht großartig geformt aus und sowas, einfach nur hingeklatscht. Ähm, ich tue mir da extrem schwer, das Ganze irgendwie zu modulieren. Ich habe gesehen, es gibt welche, die können das extrem gut. Ähm, der, wer war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle hat einer von den Looney Tunes, ähm, an, wie heißt er denn, an Texas, glaube ich, hat er geheißen, ähm, nachgebaut. Und das sieht wirklich Hammer aus. Ähm, so gut wie der, glaube ich, werde ich es allerdings nicht hinbekommen. Ähm, da bin ich vom Ding her echt meilenweit weg. Ähm, jetzt bin ich halt natürlich erstmal gespannt. Ähm, ja, ob ich das anderweitig irgendwie so ein bisschen hinbekomme. Momentan leider nach wie vor immer noch nicht. Diese ganze Kantenkletzung und sowas. Bei mir verschiebt es immer Sachen, die, wo ich eigentlich gar nicht vorhabe, dass ich die verschiebe. Aber, ja, ich bin dabei. Ich bin auf bestem Wege da ein bisschen was zum Gestalten. Vor allem, man sieht es dann auch noch, es wird langsam, aber sicher ein bisschen besser. Bei manchen Stellen sieht man auch gleich nochmal, da baue ich, beziehungsweise reiße ich anscheinend zu viel ab. Dann sieht man wieder ins Gebäude mit rein. Ist natürlich nicht ganz so geil, aber man kann es ja gleich wieder zumachen. Ist ja eigentlich keine, keine Kunst nicht. Ähm, oder kein Hexenwerk, was da gesagt. Hier seitlich, natürlich, man versucht, oder ich versuche immer noch so ein bisschen, die Schultern zu formen. Genauso wie den Rücken eigentlich, weil der Rücken, das sieht einfach nur aus wie ein Berg. Momentan schaut es einfach nur aus wie so eine dicke Katze irgendwie. Aber, ist wirklich geformt oder elegant. Sieht eigentlich noch, ja, bei weitem nicht aus. Und, ja, müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Ich versuche natürlich immer wieder so ein bisschen hier mal mit 1 Meter oder 2 Meter Range das Ganze zu, ja, zu modulieren, zu bauen, wie auch immer. Aber, das wird irgendwie meistens nichts. Und, ja, ist ein bisschen ungeil. Wie gesagt, hier oben zum Beispiel, die Katze soll natürlich auch einen schönen Buckel haben. Ähm, versuche ich seitlich immer so ein bisschen zu bearbeiten, ein bisschen zu ziehen, ein bisschen zu glätten. Ähm, langsam habe ich Sinn bekommen, dass ich sagen kann, okay, der Rücken von der Katze wird langsam gründlicher. Und, ja, also, es wird ein bisschen. Der Fuß seitlich zum Beispiel, wie hier gerade, ist eigentlich auch so, sieht noch nicht ganz nach dem Fuß aus, meiner Meinung nach. Ähm, da fehlt noch einiges vorne. Die Tatzen müsste man natürlich auch nochmal ein bisschen bearbeiten, dass das ein bisschen nach Pfote aussieht. Ähm, das Problem ist, was man auch gesehen hat, manchmal baut man einfach ins Szenario mit rein. Allerdings, die Option muss ich anlassen, dass ich, ähm, die Szenerie nicht sperre. Sonst habe ich dazwischen immer mega lang, ähm, keinen Platz mehr. Ähm, beziehungsweise, habe ich zu viel Platz. Ähm, man kann einfach eben Runden durchgucken und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Das Gute ist, was man auch gerade noch gesehen hat, dass nebenbei die, der Effekt ist eigentlich, indem man hier diese Holzding, ähm, Holz, sag ich, indem man den Berg außenrum baut. Ähm, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal gesagt, es wird dunkler innen drin. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, macht es eigentlich schon echt aus. Innen drin zum Beispiel, ähm, man sieht es jetzt zwar in der Folge nicht, aber allgemein, da wenn man, wie hier zum Beispiel am Tag ist, es ist extrem schön dunkel. Also, die Bahn, wenn man vorbeifährt, ähm, die Effekte und sowas ist schon, äh, ist schon cool geworden, finde ich. Also, wird sich noch einiges ändern. Vor allem ist ja jetzt eigentlich nicht nur die, nicht nur die Sphinx, wo es sich ändert, sondern natürlich auch in der Grube die Pyramide. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich werde da eine Pyramide bauen und, ähm, so ein bisschen was, ähm, schon zu sagen. Innen drin wird es natürlich auch Geheimgänge geben oder Allgemeingänge, die wo, ähm, durchfahren werden, um so ein bisschen Szenerie und sowas. Natürlich auch mit diesem ganzen, ähm, Getrigger und sowas. Habe ich dann noch vor einzubauen, muss ich echt sagen, bin ich froh, dass es gekommen ist, weil ohne den wäre es so ein bisschen langweilig geworden in der Pyramide. Ähm, da es ja auch vor allem noch nicht so viele Sachen gibt, womit man spielen kann für so einen ägyptischen Bereich und, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir persönlich eigentlich ganz recht gekommen. Ähm, ja, wie gesagt, innen drin wird es ein paar Räume geben. Große allerdings wird es nicht geben, dafür ist das Layout ein bisschen zu kompakt alles und, ja, das glaube ich würde nicht schön wirken. Wie gesagt, ich habe da schon ein bisschen was gebaut. Ähm, aber ich verrate es mal noch nicht so viel. Ich meine, ihr könnt noch kurz zugucken hier, bis die Katze so ein bisschen mehr Gestaltung gefunden hat. Ähm, aber so gegen drei Viertel des Videos ist eigentlich eh schon soweit. Dann gehen wir in die Pyramide runter, weil ich mache hier an der Links ein kleines bisschen Pause. Probier quasi auf, äh, probier quasi aus, ohne aufzunehmen. Ähm, ob ich das ein bisschen gestalten kann, weil, wie gesagt, ist jetzt nicht wirklich schön anzugucken, wie man hier so ein bisschen an der Katze rummodelliert. Also, würde ich wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig finden. Von dem her kürzen wir es dann anschließend einfach so ein bisschen ab. Bauen wir Offscreen. Und, ja, würde sagen, das ist eigentlich die bessere, ja, bessere Alternative. Hier seitlich, die Swings hat ja eigentlich noch so, ich weiß gar nicht mehr, wie sagt man dazu? So eine Mütze, also, ja, Mütze ist ja auch falsch gesagt, aber so eine Mütze, wo seitlich Bommel runterhängen. Ähm, um es ganz überspitzt zu sagen mal. Ähm, das heißt natürlich ganz anders, aber ich, mir fällt der Begriff echt nicht ein. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber auf alle Fälle, ähm, erkennt man so schon langsam, dass es ein bisschen mehr an die Gestaltung, ein bisschen mehr an die Details geht und so. Und, ja, ich muss da allgemein noch ein bisschen weit nach unten. Ich hab's probiert, das Ganze ein bisschen nach unten zu drücken, weil es sieht doch relativ dick aus, relativ klobig. Ich hab mir da ein Foto rausgesucht, nach dem, wo ich das ja bauen möchte. Und, das sieht so ein bisschen flacher aus, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, probieren. Ich mein, der Rest hat ja auch irgendwann mal ganz gut funktioniert am Anfang. Bei Planet Coaster, wo ich angefangen hab zu bauen, war es ja auch sehr, sehr unprofessionell das Ganze. Wird natürlich jetzt langsam schon alles wesentlich besser. Und, ja, ich hab grad gesehen, wir haben grad einen Zeitsprung gemacht. Also, wir sind jetzt quasi dabei, die Pyramide zu bauen. Ähm, aber nochmal zurück. Ähm, am Anfang war es ja auch ein bisschen schwierig zu bauen. Und, ich mein, ist mit dem Terrain genau das Gleiche. Und, ähm, wie gesagt, da macht einfach nur Übung den Meister. Und von dem her, würde ich sagen, ist das eigentlich, was bis jetzt schon mal steht, für die kurze Zeit schon ganz in Ordnung. Ich mein, natürlich fehlt noch Feinschliff. Einiges. Ja, also, wie gesagt, mal genug von der Spings. Jetzt machen wir hier bei der Pyramide weiter. Ähm, man sieht, ich pflastere den Boden. Allerdings hab ich an manchen Stellen gesehen, ich hab grad ein bisschen zu viel gepflastert. Weil ich muss natürlich unten noch bauen. Das heißt, es kommt wieder einiges weg. Ähm, wird im Nachhinein, soweit bin ich allerdings noch nicht, nochmal ein bisschen mehr wegkommen. Von oben. Damit ich besser an andere Stellen hinkomme. Aber das, was jetzt quasi schon mal mit Steinplatten gelegt ist, das wird auch definitiv dann so bleiben. Seitlich zwischendrin, wie hier an der Stelle, da kommt jetzt auch mal so ein Tor, wo man quasi mal an der Stelle durchfährt, wo eigentlich offiziell keine Pyramide, kein offizieller Gang ist. Vielleicht noch so ein bisschen Baustelle, äh, indirekt. Ähm, man fährt dann wieder ins Tor mit rein, wo die Pyramide dann schön ist. Ich hab gesehen, man fährt an den Stellen ein bisschen schnell durch. Aber, ist kein Problem, weil man erkennt's eigentlich ganz gut, ähm, was es sein soll, was es darstellen soll. Und, ja, da hab ich ja eigentlich nicht mal lange überlegen müssen. Es war für mich relativ schnell klar, was ich hier unten machen wollte. Das war eigentlich auch schon, bevor es überhaupt in die Beta gegangen ist. Mein, mein Ziel, das Ganze so zu machen. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freu mich ungemein, hier innen drin was zu bauen. Am besten, glaube ich, wird eigentlich die Stelle, wo wir den Looping haben, beziehungsweise den, ähm, den Immelmann. Da an der Stelle soll es eigentlich so aussehen, als wenn man in so einer Art Tunnelgeflecht dann entlangfährt, nach oben in so einem Tunnel sich dreht. Also, quasi, dass man einfach komplett die Orientierung verliert. So ist der Plan. Wie es danach aussieht, keine Ahnung. So weit bin ich noch nicht. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass es eigentlich ganz gut wird. Wie gesagt, an manchen Stellen probiere ich schon mal so ein bisschen aus, wie würde der Zug fahren und wie würde es aussehen. Von dem her kann ich mich da relativ schnell in irgendwas reinfinden. Wie gesagt, hier zum Beispiel, man sieht, ähm, es wird langsam ein bisschen eng an der Stelle. Soll natürlich auch so Art, ähm, naja, wie sagt man das, wie ist das in Pyramiden? Es ist ja auch meistens immer so eng, die ganzen Gänge und so. Ach, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine, mit Sicherheit. Ähm, hier unten drunter, wo wir jetzt gerade sind, ist das, wo ich gesagt habe, dass der Boden oder der Raum nicht fertig aussehen soll. Das ist auch definitiv so geplant, dass man unter Ruinen vielleicht, könnte man ausdrücken, dass man in Ruinen entlangfährt, kommen nochmal ein paar andere Steine mit dazu. Und, um das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen ansprechender wirken zu lassen. Jo, hier zwischendrin, man sieht's immer wieder, es wird immer mehr alles zugebaut. Manchen Stellen muss ich ein bisschen die Steine verschieben. Lässt sich einfach nicht ändern. Da unten macht man dann zu, soll ein geschlossenes System bleiben. Die Gänge selbst, wie gesagt, werden nicht wirklich groß, also es ist eigentlich immer eher so in engen Gängen gefahren. Dadurch wirkt das Ganze eigentlich auch nochmal wesentlich rasanter irgendwie. Ähm, obwohl ich noch nicht wirklich viel gebaut hab. Ich hab, oh Gott, zig, ähm, On-Ride-Fahrten schon mitgemacht. Einfach nur, um zu gucken, passt es oder passt es nicht. Und, ich find's, passt eigentlich sehr gut sogar. Jo, ich sag, danke fürs Zugucken. Das war's eigentlich schon wieder von dem Video. Ähm, hoffe, es hat Spaß gemacht. Hoffe, ihr bleibt mit dabei, wenn's jetzt dann in der Pyramide richtig weitergeht. Ich sag, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.